so guten morgen freunde das erste geld wurde von meiner karte gerade abgebucht also es hat geklappt mit der kreditkarte jetzt habe ich mir so ein mobiles handyticket geholt für die bahn bin mal sehr gespannt ob das soweit alles klappt heute denn ich werde wie gesagt probieren heute mit der kreditkarte alles zu bezahlen jetzt werde ich aber erst mal mich hier fertig machen meine ganzen sachen packen und so damit vergleich schnell loskommen den blog habe ich übrigens pünktlich beendet wisst ihr ja sogar um ein uhr oder so also ich hätte genug schlaf kriegen können ich konnte allerdings überhaupt nicht schlafen und dementsprechend lief es darauf hinaus dass ich eben ja überhaupt nicht geschlafen habe also ich bin um vier uhr 30 oder so eingeschlafen jetzt haben sie uhr aber eigentlich bin ich sogar echt fit so schlimm ist es überhaupt nicht und in der bahn kann ich ja noch ein bisschen relaxen das passt also auf jeden fall so ist jetzt ungefähr eine stunde vergangen ich habe gefrühstückt und schon mal vorgepackt aber da ich mir dachte vielleicht interessiert euch ja auch was mitkommt habe ich jetzt hier mal eben alle sachen hingelegt bevor ich sie in den rucksack packe und dann könnt ihr euch mal anschauen was ich so alles mitnehmen denn bei einem setup muss man natürlich darauf achten wenn man unterwegs ist dass es zum einen mobil ist aber zum anderen eben auch nichts fehlt so und da muss man eben so die kombinationsbrücke zwischen finden deswegen habe ich mich hier für dieses setup entschieden habe noch ein paar sachen mitgemacht so wie zum beispiel hier diese funkstrecke ihr wisst ja die funktioniert nicht ganz so gut vielleicht werde ich auf dem weg ein paar frische batterien holen und die verwenden vielleicht auch nicht das weiß ich eben noch nicht deswegen habe ich dir mitgenommen die ist relativ leicht und braucht wenig platz deswegen ja habe ich die hier mal mit eingepackt dann haben wir natürlich eine externe festplatte die nehme ich mit damit ich schneiden kann unterwegs da kommen nämlich alle vlogs drauf dann haben wir ein tripod der macht ja natürlich sowieso immer sinn und dann eine powerbank die zwei von gestern aufgelagten powerbanks damit sind wir bei drei eine lasse ich hier weil das brauche ich jetzt nicht so viel strom dann haben wir ein akkuladekabel für die kamera für die große da ich im zug aufladen kann und falls mir meine akku leer geht habe ich eben noch mal hier so ein extra ladegerät dabei dann haben wir hier ein usb c kabel ein micro usb kabel und lightning kabel wofür natürlich für zum einen die action cam damit die aufgeladen werden kann dann für das honor 8 was ich jetzt momentan als zweitgerät eben benutze und für das iphone damit ich eben alles dabei habe außerdem natürlich kommen noch mit hier ein paar bluetooth kopfhörer die ich ja gestern aufgeladen habe und dann nämlich noch ein licht mit wenn es mal später werden sollte damit ich das licht auch anschließen kann zusätzlich zu einem mikrofon brauche ich hier noch so einen adapter damit ich eben hier noch einen anschluss habe um noch mal eben entweder ein mikrofon oder dieses licht anschließen zu können dann nehme ich noch hier so eine halterung mit damit ich im zug ein paar coole aufnahmen machen kann hier so ein saugnapf kann man sowieso immer mal gebrauchen unterwegs ja und das war es dann bis auf das macbook ladekabel und hier diese tasche vom macbook kommt nicht mehr so viel mit ich habe hier noch an meine tasche so ein teil dran geklippt da kann ich dann die gopro dran machen immer sehr gespannt ob das funktioniert ja wir werden ja sehen wie die aufnahmen dann werden ja das ist im prinzip mein ganzes setup und ich switche jetzt mal eben zur gopro und dann mache ich eine timelapse davon wie ich die sachen einpacke ach so und bevor ich es vergesse natürlich kommt noch das stativ mit wo jetzt gerade die kamera drauf steht und die kamera selber aber das sollte sich ja eher übrigen das kann ich das kann ich das kann ich Musik So, da das Ganze etwas verwirrend ist, erkläre ich euch hier nochmal ganz kurz, wie wir von wo gefahren sind. Und zwar ging es hier um eine Tour, die die Jungs zusammen gemacht haben. Das Ganze nennt sich Wir kommen zu euch und im Zuge dessen haben sie eben Leute besucht. Zunächst mal sind wir eben nach Essen gefahren. So, wir sind jetzt angekommen in Essen und ich zeige euch mal, wen ich hier jetzt gerade getroffen habe. Ja, ich bin Lukas, hallo, geh weg mit, oh, ich bin Paul. Hallo, ich bin der Topske. Das ist Laurin vom Kanal der Keeblesse, ihr schafft es nicht selbst. Willst du nicht noch deinen Twitter-Namen sagen? Oh, was war Twitter das? Dann musst du es, dann klären doch alle eure Namen, dann kann man euch abonnieren. Jo, ich mache YouTube, Technik-Videos und ja, mein Name ist, könnt ihr mal gerne vorbeischauen. Ja, nachdem ich mir auf Clipfish gereicht habe, habe ich mit YouTube angefangen und ich auf YouTube auch. Jo, ich bin der Tobias vom Kanal und ich mache Technik- und Netzwerk-Videos. Dort haben wir dann jemanden getroffen und sind dann in einen Park gefahren, um dort weiterhin zu drehen. So, wir sind jetzt an einem Drehplatz angekommen und filmen hier jetzt gleich. Hier sind schon einige Kameras aufgebaut, die zeige ich euch mal im Vendor. Einmal hier haben wir einen Zeitraffer von mir, dann haben wir hier irgendwie eine Kamera, keine Ahnung, warum die da ist. Und dann haben wir eine riesige Kamera, der jetzt gleich filmen will. Und dann geht's, dann geht's, dann geht's, dann geht's. Hallo meine lieben Technikfreunde und willkommen jetzt zu diesem neuen Vlog. Heute fing das Ganze mit dem Hashtag Wirkommen zu euch an. Und ja, mit dabei ist heute Charlie, Paul sowieso. Du kommst auch mit in Anführung, oder? Hallo Internet. Wir geben Tobias heute einfach mal eine kleine Unterstützung in Sachen WLAN-Routern. Und ganz am Anfang, das wollte ich jetzt mal sagen, vielleicht fällt es euch auf, aber dieses Video ist strukturiert oder ein bisschen anders strukturiert. Das ist einfach komplett ohne Script, was das angeht. Genau, und schreibt doch mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare, ob euch das besser gefällt. Wir haben uns hier null abgesprochen, deswegen würde ich sagen, stellen wir uns erstmal vor. Von da aus haben wir uns dann auf den Weg nach Düsseldorf gemacht. Outro Outro Leider ist dort keine Person erschienen und dann sind wir einfach in die Stadt gegangen und haben bei Tesla eben ein Video gedreht. Und ich schaue mir heute mal den neuen Tesla Model X an und ich würde sagen, wir sehen uns dann viel Spaß. Musik Wir sind wieder nach Köln gefahren. Musik 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 Wir haben dort etwas gegessen und ich bin dann in den Mediamarkt gegangen, weil ich mein USB-C Kabel verloren habe und habe mir für 17,99 Euro dann eben ein neues Kabel gekauft. Musik Und dann bin ich auch schon wieder zurückgefahren. Musik 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 So, ich bin wieder zurück und ich nutze jetzt am besten einfach mal die Zeit. Ich habe mir hier schon ein Wasser vorbereitet, das MacBook und jetzt werde ich erstmal eine Runde schneiden, denn ich wollte eigentlich zwei Vlogs zugeschneiden, das habe ich aber nicht geschafft. Dementsprechend werde ich das jetzt machen und dann hoffentlich schon zu dem Vlog heute kommen, damit ich eben schon mal so ein bisschen von heute geschnitten habe. Es ist nämlich echt viel Material geworden und ich bin wirklich sehr sehr gespannt, wie der Vlog wird, der bestimmt cool für euch wird. Da muss ich das nämlich nicht alles morgen machen. Also fange ich jetzt am besten mal an und wir sehen uns gleich wieder. Übrigens, da es sich hier um einen Vlog handelt, kann ich euch das mal zeigen. Ich bin hier gerade beim Schnitt von dem heutigen Tag und ihr seht, das ist über eine Stunde, fast eine Stunde 15 an Filmmaterial. Das ist schon echt eine heftige Nummer, also so viel Material jetzt schneiden, das werde ich glaube ich morgen machen. Aber ich freue mich da sehr darauf, den Vlog heute zu schneiden, weil das sind echt coole Aufnahmen geworden, hat echt viel viel Spaß gemacht. Ich verlinke euch alle Dudes, wenn ich das nicht vergesse, unten in der Beschreibung natürlich. Und vielleicht werde ich morgen noch ein Voice-Over aufnehmen oder so, wenn das hier ein bisschen zu unübersichtlich geworden ist, weil ich teilweise halt eben nicht gefilmt habe. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.